der leute und herzlich willkommen zu einem kleinen kleinen fehlen wie sind mehrere fehler passiert über waro xhvi denn ich habe ja ich habe das ich habe das finale verpasst beziehungsweise sie haben an einem mittwoch gesagt dass sie jetzt gerne finale machen müssen wollen aber eigentlich dürfte ich eigentlich schon wissen weil sie schon generell ein termin suchen wollten und ja ich habe gehofft es nicht am mittwoch kam aber es kam am mittwoch und aber der zweite fehl ist ich habe eine aufnahme gemacht wie ich auf dem server waro xhvi drauf ging und mich selbst getötet habe indem ich mich hochgesteckt habe mich halt getötet habe ich habe dazu eine aufnahme gemacht habe sie fertig geschnitten wollte das halt speichern allerdings ist ein fehler entstanden weil ich davor die aufnahme selbst getötet habe einfach mal in den papierkorb hatte gerade eben also ist ein fehler entstand ich habe dann halt das alles ziemlich spät war schon äh ne ja leute vielleicht habt ihr habt ihr habt keine nachricht bekommen schlau dankeschön antivirus dass du jetzt gerade die nachricht geben musst äh und ja ich hatte halt die aufnahme im papierkorb und seit sehr spät abends darum hat mein Vater das Video weggelegt während ich oben fußball geguckt hat portugal gegen bankreis und ja ich hab das war ja zunächst um dann ging es gerade eben auf dem pc drauf und hab's dann unbedacht aus dem papierkorb gelöscht weil ich dachte dass ich die aufnahme noch hatte aber ich hatte sie nicht mehr die ja beziehungsweise ich kann nicht mehr auf die aufnahme drauf gehen da wo ich halt mich selbst getötet habe ja leute ihr werdet jetzt gleich ein kleines best of sehen wie wir als alles möglich gemacht haben aber auf jeden fall schaut beim jahrküste vorbei schaut weil er das finale ja noch mitgespielt er hat also es ist auch schon draußen das video schaut bei mir vorbei bei tommy und bei den anderen finale teilnehmer und generell den teilnehmern von waro xvv e dann würde ich dann sagen dann viel spaß mit dem kleinen best of von waro xvv e und 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020